Die ersten 8 Schritte Ein Chassis mit einem Rockback Den rechten zur Seite, den linken ran Den rechten Fuß zur Seite Jetzt folgt ein Rockback mit links Linken Fuß nach hinten, Gewichtswechsel und zurück Jetzt machen wir eine vierte Rechtsdrehung Und setzen den linken Fuß hinten auf Jetzt folgt eine halbe Rechtsdrehung Setzen den rechten Fuß vorn auf Noch einmal mit dem linken nach vorn Und mit dem rechten Fuß ein Kick Diese 8 Schritte noch einmal 1 und 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Die nächsten 8 Schritte Ein Chuffle zurück mit rechts Rechts nach hinten, links ran, rechts nach hinten Ein Rockback mit links Den linken Fuß nach hinten, Gewichtswechsel und zurück Jetzt setzen wir den linken Fuß nach vorn Und machen eine vierte Rechtsdrehung Und einmal klatschen Jetzt setzen wir ganz schnell den rechten Fuß An den linken ran und den linken zur Seite 1 und 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Und alles von vorn 1 und 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1 und 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Die nächsten 8 Schritte sind 2 Jessbox jeweils mit einer Viertelrechtsdrehung Wir kreuzen den rechten Fuß über den linken, den linken Fuß nach hinten Eine Viertelrechtsdrehung, den rechten Fuß nach vorn Und den linken Fuß neben den rechten absetzen Das Ganze noch einmal Den rechten Fuß vor den linken kreuzen Den linken nach hinten Eine Viertelrechtsdrehung, den rechten Fuß nach vorn Und den linken Fuß nach vorn Diese 8 Schritte noch einmal Das war der Ausgangspunkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Und alles von vorn 1 und 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1 und 2, 3, 4, 5, 6 und 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Die nächsten 8 Schritte Wir setzen die rechte Ferse vorn auf An den linken Fuß wieder ran Und gleich eine Viertelrechtsdrehung Setzen die linke Ferse vorn auf Und an den rechten Fuß wieder ran Jetzt folgt eine W-Reihe Den rechten Fuß über den linken kreuzen Den linken zur Seite Den rechten Fuß dahinter Und noch einmal den linken Fuß zur Seite Diese 8 Schritte noch einmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Und alles von vorn 1 und 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1 und 2, 3, 4, 5, 6 und 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 In diesem Tanz gibt es auch 2 Brücken In der 5. und 10. Runde Jeweils bei 12 Uhr Werden nur die ersten 16 Count getanzt Abgebrochen und von vorn wieder begonnen Ich zeige noch einmal die ersten 16 Count 1 und 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1 und 2, 3, 4, 5, 6 und 7, 8 Wir abbrechen und von vorn beginnen In der 5. und 10. Runde Und jetzt viel Spaß beim Tanzen Und jetzt viel Spaß beim Tanzen